Einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben, mein Name ist die aus dem Crypto Café. Ich bin neuer Crypto Trainer und meine Spezialität ist es für euch, informatives Entertainment zu bringen, definitiv keine Finanzberatung. So, heute habe ich was Schönes für euch vorbereitet, ja, ist eine kurze Folge, aber ich finde das Projekt absolut spannend und was es ist, es geht nämlich um das Frax Ease, ja, was demnächst kommt, also es steht in den Startlöcher und ich gehe davon aus, dass es innerhalb zwei bis vier Wochen definitiv da ist und was es ist, oder was es kann, das gucken wir uns heute an. So, was ist Frax Ease? Da müssen wir ein bisschen zurückgehen erstmal. Was ist Frax? Frax Ease ist eine Liquid Staking Lösung, LSD, ja, das kennt man zum Beispiel auch aus Lido, Rocket Pool und wie die alle heißen, ja. Und in dem Fall wird eben Ease mit Frax Finance, ne, Frax Finance ist eines der größeren Projekte im DeFi Space insgesamt gestaked und entsprechend Rendite gewirtschaftet. Im Gegensatz zu Lido, Rocket und da gibt es nur einige andere, ja, da habe ich auch noch eine weitere Sendung für euch vorbereitet, die kommen in den nächsten Tagen, hat es den größten Vorteil, Frax, nämlich, dass es ein aktives Ökosystem dahinter hat, ja. Aber dazu kommen wir gleich auf der nächsten Folie und Lido, Rocket und natürlich auch Final Stata und Stakewise, das sind alles reine Staking Anbieter, ja. Das heißt, die machen nichts anderes außer Staking und das ist deren eben, sag ich mal, Nachteil gegenüber Frax, ja. Frax ist in der ganzen DeFi Space unterwegs und das ist, denke ich, auch aus meiner Sicht der größte Vorteil und worauf, ähm, woraus die eben den meiste Profit schlagen können. Und, ja, das Ganze nämlich basierend auf Curve Convex, da ist Frax eines der größten, ähm, Teilhaber von den ganzen, ähm, gestakten Curve und gestakten, ähm, Convex Token und dadurch können die eben sehr viel in die eigenen Pool voten, sobald die den launchen, ja. So, kommen wir zum nächsten, nämlich das Frax Ökosystem, ne. Wir haben, das älteste ist natürlich das Frax Stable Coin, ja. Ja, damit haben die angefangen, der Frax Stable Coin, na, ich will da nicht technisch zu weit reingehen für diese Folge, hat 1,35 Milliarden, ähm, Market Cap, ja. Ist nicht so riesig, sag ich mal, im Vergleich zu DAI oder USDC, aber es ist, äh, sehr stabil dagegen, ja. Das hat den, äh, relativ einfachen Grund, weil in den Frax Stable Coin, ja, die, die machen das so, partiell algorithmisch nennen die das, ja. Das heißt, wenn der, wenn der Kurs von Frax, ja, über 1 Dollar ist, ne, circa, ich 1,0033, alles da drüber, dann kann man den minten, ja. Und wenn der da drunter fällt oder sogar unter 1, dann kann man den nicht mehr minten, sondern man kann den nur noch vom Markt, also direkt, nur mit Stable Coin minten, ja. Das heißt, dieser FXS Token, der Frax eigene Governance Token sozusagen, ja, den kann man partiell benutzen, ja, um den zu minten, wenn der eben sehr hoch ist, ne. Und dadurch sorgen eben dafür, dass der Stable Coin sehr stabil ist. Und der zweite, ne, was die vor kurzem online gebracht haben, das sind ja auch tatsächlich Marktführer, ja, dieser, nicht der Standard, der EMM, das ist natürlich, ne, kennt man bei jedem Sushi und Quick Swap und so weiter, sondern der Time Weighted EMM, ja. Das, äh, Paper, White Paper dazu, werde ich euch unten verlinken, das wurde schon vor mehr als ein Jahr veröffentlicht, ja. Und, ähm, das, das bedeutet für Leute, die mit sehr, sehr großem Geld unterwegs sind, ne, die haben natürlich das Problem, wenn die in einen Pool gehen, selbst bei Uniswap, ja, wenn da nicht genügend, gleich mal Liquidität dort ist, ja, ist das Slippage eben sehr groß, ja, und wenn man da, ne, gleich mal 100 Millionen hin und her wechseln will, dann will man natürlich nicht, dass der Kurs sich davon super schnell bewegt. Und dann kann man diese Time Weighted machen. Und zwar kann man da selber eine Zeitperiode einstellen und über diesen Zeitraum wird Stück, Stück, Stückweise, ja, von, sag ich mal, 100 Millionen, jeweils eine halbe Million abverkauft in den Markt, sodass insgesamt ein relativ konstanter Durchschnittspreis entsteht. Ja, das, das sind die tatsächlichen Markt, ähm, Pioniere, was die Implementation davon angeht. Wir haben dann FraxLand, ja, das ist vor, ich glaube, ein, zwei Monaten online gegangen, da habe ich jetzt drüber auch selbst berichtet, da kann man aktuell nur, sag ich mal, fünf Assets, ähm, ausleihen, ja, und auch einlegen, das ist, äh, ETH, Bitcoin, Convex, der Frax eigene, ja, FXS, und natürlich der Curve Token, ja. Und damit wollen die natürlich auch in den, sag ich mal, Lending Boring Markt hineinkommen und, äh, man sieht auch hier, ne, die haben da, äh, ziemlich niedrige APRs und wollen dadurch natürlich auch mehr Kapital anlocken. Und jetzt kommt, ne, eben das letzte Produkt, die, da hat der Sam, da ist ja, ne, der Führer von, ähm, von, äh, Frax, ja, von dem ganzen Ökosystem, der hat das schon damals angekündigt, dass, ne, dass er dieses komplette, umfangreiche Ökosystem plant und dass Frax ETH, nachdem natürlich ETH auf Proof-of-Stake umgestellt hat, ist eben, ne, der logische nächste Schritt, dass die nämlich in dieses Staking, ähm, ein Business einsteigen, ja, und mit dem ganzen, ne, DeFi Space, was die schon aufgebaut haben, im Rücken, ja, kann natürlich das, ähm, Frax ETH jetzt richtig ab, äh, abgehen. Und das Ganze, ne, das Ganze ist nochmal Cross-Chain, ja, ihr wisst ja, z.B. Rocket, ähm, Lido und so, die sind ursprünglich nur auf Ethereum, ja, Lido ist, hat jetzt heute angefangen auf Optimismen und Arbitrum, ja, hat, äh, gerappt und dort zu farmen und Rocket Pool ist, glaube ich, auch nur auf Ethereum und auf Optimismen, das heißt, im Vergleich dazu, Frax ist natürlich auch sehr, sehr viel in Chains, ja. So, jetzt kommen wir mal zu den ETH, ja, was ist mit diesen Frax ETH, was Besonderes, ne, im Vergleich, sag ich mal, zu Lido, Rocket oder irgendeine der anderen Liquid Staking-Lösung. Wir haben ETH, ja, sag ich mal, ja, ich hab 10 ETH oder 1 ETH auf der Hand, was mach ich damit? Ich kann zu Frax gehen, ja, und dann wird mein ETH, wenn ich das in den, ähm, auf die Seite depostete, ja, krieg ich dann Frax ETH. Das ist nichts anderes, ich hab das, ne, hier drunter deswegen geschrieben, etwa gleich WRAP ETH, ja, ihr wisst ja, WRAP ETH ist einfach, 1 zu 1 ist komplett identisch wie das ETH, nur einfach eingepackt, damit es in, äh, bestimmten Smart Contracts funktionieren kann, ja, der nackte ETH, den kann man nur als Gas, ne, auf der Ethereum Chain benutzen oder zum Staking, ja, und der WRAP ETH kann man eben im Smart Contract benutzen und der Frax ETH an der Stelle, ja, sag ich mal, in dieser Art und Weise, ist genau das Gleiche wie ein WRAP ETH, aber mit einem sehr wichtigen Unterschied, ja. Erstens, der Frax ETH, ne, wenn ihr den ETH hineinsteckt, wird im Hintergrund euer ETH praktisch schon in die Validator von Frax, äh, hineingegeben. Das heißt, dort fängt schon euer ETH theoretisch für das System, für das Frax ETH Ökosystem, ja, Frax ETH Ökosystem, ähm, Dings, äh, Rendite zu generieren, ja. Das sind diese 5%, 6% Rendite, die von ETH Staking kommen, ne, aber ihr bekommt an dieser Stelle, wenn ihr das nur, ne, da praktisch WRAP ETH in Form von Frax ETH, keinerlei Rendite, aber, ne, das ist eben der erste Schritt und da kommen wir, ähm, im dritten Schritt gleich dazu, ihr könnt hier verstehen, warum das so ist. Der zweite Schritt ist natürlich, ihr könnt euch entscheiden dafür, ja, diesen Frax ETH auf der Frax Seite natürlich zu staken, ja, und dann seid ihr tatsächlich, wie bei Lido, ne, STEs oder Rocket REs, ja, da habt ihr tatsächlich einen gestakten Token, na, der akkumuliert in sich, ja, also nicht die Anzahl, sondern der Wert, ja, der steigt ganz langsam in der Zeit, weil natürlich in dem, ähm, SF-Frax ETH die Validatoren, aber praktisch, ähm, ne, das Staking Rendite, die vom ETH Ökosystem kommt, hineinfließen dauert, ja, deswegen habe ich hier oben, ne, das, äh, diese Money Bags drüber gemacht und jetzt könnt ihr euch fragen, na gut, warum brauche ich jetzt hier diese zwei Token, ja, warum haben die nicht einfach wie Lido, Rocket und so weiter, einfach, ne, ein Schritt, ich deponiere mal ETH in das Frax System, ja, hab da mal Frax ETH, das war's, ja, warum, ne, das ist die Frage. Und jetzt kommt die Lösung, ja, nämlich das hier. Statt, ne, diesen, diesen Nutz, sag ich mal nicht Nutz, aber renditelosen Frax ETH, ja, auf der Hand zu halten und, oder, ne, oder nur zu staken, habe ich hier die Möglichkeit, diese Frax ETH gegen ETH in einen Curve Pool zu deponieren, ja, und ihr wisst, ne, bei Curve, da kann man schon relativ hohe Rendite hinkriegen, vor allem, wenn da gleich mal viele, äh, hineinvoten, ja, und das ist auch der Grund, ne, warum Frax natürlich schon sehr lange angefangen haben, Curve und Convex Token zu akkumulieren, ja, die gestaked sind, weil die nämlich auch wollen, ne, letztendlich selber bestimmen, wohin die ganzen neu emissionierten, äh, also praktisch nur herausgegebenen Curve und Convex Token hineingehen, ja, nämlich in die eigene Pool. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, sobald die mit dem Pool launchen, der Frax ETH, ETH Pool, dass dort viel Rendite hinein dirigiert wird, ja, um eben Leute anzuspornen, wenn die, ja, ETH, ne, bei denen hineingepackt haben, hat man jetzt hier die zwei Möglichkeiten, entweder, ne, ich gehe direkt ins Staking, ja, würde da vielleicht 5, 6% bekommen, oder, ne, statt das zu Staking, packe ich mein, mein ETH, Frax ETH, ja, in diesen, ne, Pool bei Curve hinein, bekomme da vielleicht sogar 10% Rendite, ja. Der Vorteil, ne, und das ist das Entscheidende, warum dieses Token, äh, gibt und warum man diese Option hat. Was passiert, überlegt euch mal, ne, ihr packt euer ETH, ne, in das Frax ETH hinein, ja, ihr bekommt 0 Rendite, und, aber ihr packt es dann in den Frax ETH Pool, ja, bei Curve und kassiert dort 10% Rendite. Aber im Hintergrund, diese ETH, die ihr bei Frax deponiert habt, ja, die fließen ja, ne, in den großen, ähm, Staked Frax ETH Pool hinein. Das heißt, die Leute, die sich dafür entscheiden, ja, ne, nämlich ihren Frax ETH nicht in den Curve Pool hineinzupacken, sondern zu staken, die bekommen an der Stelle mehr Rendite, als die sollten, ja, denn, theoretisch, ne, sind hier 200 ETH drin gestaked, ja, ne, und, aber nur 100 Leute haben ihren Frax ETH in S-Frax ETH umgewandelt. Das heißt, die 100 Leute, ja, mit ihren 100 ETH bekommen die Validatorenrendite von 200, ja. Das heißt, das ist direkt mal doppelt so viel wie bei Lido oder bei, äh, Rocket Pool, ja. Und die anderen 100, ne, die kassieren fröhlich im Curve Pool ihre Rendite. Und da seht ihr, ja, das ist eben diese entscheidende, ne, dass man diese Option hat. Und jetzt, ne, kommt nochmal ein zusätzlicher drauf. Ihr seht, ich hab hier bei, hier vier Moneybacks und hier zwei Moneybacks. Was bedeutet das? Naja, gut. Die, diese Staking Rendite, ne, die man bei Frax jetzt bekommt, die balanciert sich automatisch mit dem Curve Pool aus. Das heißt, langfristig, ja, wird sich diese Äquilibrium, äh, diese Gleichgewicht dort einstellen, wo diese Rendite, die in den Curve Pool, ne, herauskommt, genauso hoch ist wie bei dem Staking, ja. Ob das 10% ist, 5%, ne, nur unterhalb der Validatorenrendite, ne, beim Staking, also das heißt, sag ich mal, wenn Curve tatsächlich dort nur 2% Rendite anfällt, ja. Dann würde natürlich niemand mehr, der sein, ne, ETH in Frax, ETH umgewandelt, hat, in den Curve gehen, sondern die würden dann theoretisch alle in dieses Staking Pool hineingehen, ja. Und, ähm, dann, ne, ist dann natürlich hier die Renditehöhe, aber, ja, und jetzt kommt das aber, ja. Was passiert, wenn hier in einem Curve Pool, da ich mal, wenig Token drin sind, ja, weil alle, ne, mit ihren Frax, ETH nicht da hineingehen, sondern in den anderen Pool. Das heißt, für die, die wenig Leute in dem Pool drin sind, dann steigert natürlich dort die Rendite, ja, weil die Anzahl an Token, die Curve Token, die pro Zeiteinheit, ne, in diesen Frax, ETH Pool hineinfließen, die bleiben ja konstant, ja. Wenn da eine Million, ne, Frax, ETH drin ist, natürlich die Rendite für pro ETH viel, viel geringer, als wenn da, sag ich mal, nur 100 ETH, äh, Frax, ETH drin sind, ja. Und dann steigert natürlich, ne, auf dieser Seite wieder die Rendite extrem in die Höhe, weil alle plötzlich Staking gehen und dann sehen die Leute, okay, warum soll ich Staking, ja, mache ich kein Staking mehr, gehe ich ins Pool, ne, mit meinen Frax, ETH stattdessen in den Curve Pool und kriege da mehr Rendite. Und deswegen, ne, dieses gegenseitige Ausbalancieren und, äh, ich gehe zumindest davon aus, ja, dass es kurzfristig definitiv, ne, in Richtung vielleicht 8 oder sogar 10% gehen wird und da kann man sehen, ja, allein durch Staking, ja, ähm, bei Frax, ja, kriegt man fast doppelt so viel, könnte man fast doppelt so viel kriegen, wie bei Lido, Rocket und so weiter, ja. Und da ist noch nicht mal irgendwas angerechnet aus diesen weiteren Ökosystemen, ob das Lend ist, weil die, ne, die wollen ja auch Frax, ETH, beim Lending, Boring, könnt ihr das Lend auch reinpacken. Und noch ein weiterer Schritt, ne, das ist nur, da ich mal weiter gedacht, könnte man sogar, ne, das, was man beim Curve als, ähm, Liquidität-Pool-Token reingepackt hat, beim Frax, Lend selber nochmal hineinpacken als Sicherheit, ja, und dagegen noch was ausleihen, ja. Und da kann man, da kann man so viele Sachen miteinander kombinieren ne, und das ist eben der größte Vorteil, was die haben, gegenüber Lido, Rocket und so weiter. Die machen, ne, ich mein, ich bin auch ein Fan von Rocket, ja, weil ich finde das, äh, super gute Idee, was die da machen, mit den, ne, unterschiedlichen, da bei der Toren. Aber, was die nur machen, nur machen können, ja, ist den eigenen Token praktisch als, ne, als Bonus drauf zu geben, dass die Leute, ne, mit ihnen gehen, ja. Und, äh, die haben eben kein anderes Nutzen außer das. Und das Höchste, was sie machen können, ist, sondern wie jetzt, was die bei Kaiba und so Farming betreiben, dass die, ne, für die Farming-Pools ihren Token als Bonus hineingeben, damit die Leute dorthin gehen, ja. Aber sonst, ne, können die es, äh, nichts machen. Und das kann eben Frax an dieser Stelle durch diesen Doppeltokensystem, ne, viel besser arrangieren und dann zusätzlich hintendran dieses gesamte, ähm, Frax-DeFi-Ökosystem, können die das Ganze nochmal richtig nach oben pushen. Und das war's auch schon heute, äh, als kurze Vorstellung von dem Frax-East, was demnächst startet, ja. Ich werde definitiv das im Auge behalten und vielleicht sogar da reingehen, weil ich finde das System definitiv super interessant und, äh, vor allem die Rendite, was dabei rauskommt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn die diesen ersten Pool launchen, ne, ihr wisst ja, diese Bribing-Periode bei Curve, ob es weiter Convex, ist ja alle zwei Wochen und, ähm, inwiefern Frax dort seine Voting-Power in diesen neuen, neu gestarteten Pool hinein dirigieren, das werden wir sehen. Und, ähm, ja, ich wollte eigentlich noch auf die Arbitrage-Möglichkeit kommen, aber, äh, ich glaube, da kann sich jeder selbst denken, was passiert, ne, weil in dem Frax-East-East-Pool viel zu viel East drin sind und zu viel zu wenig Frax-East, dann wird natürlich Frax-East nach oben depacken, ja, das heißt, dann wird Frax-East plötzlich mehr als ein East sein, ja, was eigentlich nicht sein sollte, weil es sei nur einfach gerappt, ja. Und, äh, das spielt natürlich dann wieder zusammen mit dem Staking, das heißt, wenn das Ding natürlich unter ein East ist, ja, ne, durch das, äh, abverkaufen, dann lohnt es sich an dieser Stelle natürlich, ne, statt die eigenen East zu wrappen, ja, und dann zu staken, würden die Leute eher in diesen Pool hineingehen, ja, den günstigeren Frax-East, ne, z.B. für ein East 1,1 oder 1,2 Frax-East rauskriegen und den dann staken, ja. Und dadurch, dass man den dann kauft, würde man natürlich den Preis wieder automatisch zum, äh, 1 hinschieben und, äh, ich meine, es ist ein super spannendes System, finde ich einfach an dieser Stelle. Das war's auch schon, ja, und, äh, Links zu diesen ganzen Sachen und auch die White Papers und so weiter werde ich euch unten, ne, wie immer in die Beschreibung hineinpacken. Das war's von mir aus dem Kryptografie. Mein Name ist Tiii. Ciao, ciao.